Hallo liebe Ladies und auch willkommen liebe Herren auf dem body-up-frauenkanal. Ich stehe heute hier und möchte euch ein Update meiner Transformation geben. Ganz kurz Werbung vorneweg. Heute im 12. Adventstürchen das Perfect Whey Haselnuss Schokopraline. Unter allen Kommentaren werden wieder zwei von den Perfect Whey's verlost. Also schreibt fleißig in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, was ihr noch sehen wollt oder einfach ich möchte einen Whey gewinnen. Und ja, mit meinem Code könnt ihr auf jeden Fall auch noch sparen auf den Aktionspreis. Wie gesagt, nur heute der Geschmack und mit Marazin noch 10 Prozent sparen. So, mein Form-Update. Circa sechs, sieben Wochen sind es her, also circa Halbzeit ist jetzt und es gab leider zwischendurch eine kleine Krankheitsphase, aber ansonsten wurde voll durchgezogen. Ernährung, Training und die Motivation war auf jeden Fall auch da. Und ja, ich habe euch immer wieder mitgenommen in den Storys, ja auch in den Videos hier bei YouTube, habe ich euch meine Workouts gezeigt und auch ein paar Rezepte mal als Anregung gegeben. Und all das findet ihr natürlich gebündelt in der App Be Perfect Ladies Schlank und Fit. Und ja, ich habe mit meiner App wirklich jetzt schon sehr, sehr gute Erfolge erzielt. Ich habe circa zwei Kilo verloren. Ich wollte aber eigentlich gar nicht abnehmen. Das ist jetzt so ein kleiner Nebeneffekt. Deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen was umgestellt in der App, dass ich wirklich mehr noch auf Muskelaufbau gehen möchte. Ich bin auf jeden Fall schon straffer und schlanker geworden. Also es ist schon gut was an Fett weggegangen. Und jetzt geht es wirklich noch mal richtig an den Muskelaufbau. Knackige Workouts sind auf jeden Fall mit enthalten. Letzte Woche habe ich euch da noch mal ein kleines Armworkout gezeigt. Nur zehn Minuten. Bei uns in der App sind es aber natürlich 45 bis 60 Minuten. Auch High Intensity Sachen. Immer mit eigenem Körpergewicht und den Widerstandsbändern oder kleinen Wasserflaschen als Handeln oder ähnliches. Und so habt ihr auf jeden Fall immer Motivation und Training hinterlegt in der App. Könnt es auch individuell einstellen. Also so war das bei mir in den letzten sieben Wochen. Konnte ich dann immer variieren. Wie sieht meine Woche aus? Kann ich zweimal trainieren? Kann ich viermal trainieren? Das kann man alles ganz individuell einstellen. Und von der Ernährung war es auch nicht jeden Tag gleich. Ich hatte mal 1.300, 1.400 mal 2.100 Kalorien. Und so konnte ich wirklich mich an dem einen Tag mal mehr satt essen. An dem anderen Tag hatte ich dann auch gar nicht so einen großen Appetit. Also wirklich ganz individuell und perfekt war es für mich. Ich musste nicht hungern. Hab dennoch abgenommen und ich war echt immer motiviert einfach wirklich dran zu bleiben und habe die Erfolge natürlich auch schnell gesehen. Also ich habe zwischendurch schon mal einen kleinen Formcheck gemacht, den wir auch gefilmt haben. Und da war ich schon auch echt zufrieden und habe aber seitdem auch jetzt den Trainingsplan für mich in der App schon so weit abgeändert, dass ich wirklich auf mehr Muskelaufbau gehe, weil ich tatsächlich schon auch an Gewicht verloren hatte. Und jetzt geht es noch mal richtig an den Muskelaufbau und da soll noch mal wieder ein bisschen mehr drauf. Und dadurch kommt dann natürlich auch noch mal wieder die Straffheit. Und ich bin mal gespannt, was ihr so sagt. Und auch auf eure Ergebnisse bin ich gespannt. Die, die mitgemacht haben, markiert mich gerne bei Instagram, wenn ihr Storys macht oder ähnliches, was ihr schon für Erfolge erzielt habt. Oder markiert mich in den Workouts. Ich teile das gerne und ja, er freue mich natürlich auch an euren Erfolgen. Und ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr findet, wie meine Transformation bisher verlaufen ist. Ich bin ganz gespannt, wie es dann zum Ende des Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres ausschaut. Und bleibe auf jeden Fall diszipliniert in der Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt auf jeden Fall dabei, macht mit, markiert mich gerne und schreibt fleißig in die Kommentare. Schaut bei Instagram, Facebook vorbei. Die besten Supplements, Body IP Nutrition und die besten Klamotten, BIP Wear. Bis ganz bald, eure Mara. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.